Herr Witt, was machen Sie denn besonders? Oder anders als die anderen Trainingsorganisationen, fragen mich oft angehende Kunden, Möbelhausbesitzer. Und ich sage Ihnen, wir verkaufen Verhaltensveränderungen. Wir verkaufen kein Wissen oder kein Training. Denn Wissen, wir verschenken Wissen. Denn was wir verkaufen, ist Verhaltensveränderung. Nicht, was Sie wissen, macht Sie erfolgreicher, sondern das, was Sie tun. Dasselbe gilt für Training. Ein Training ist kein ökonomisches Gut, sondern ein ökonomisches Schlecht. Was durch ein Training zunächst mal passiert, ist, dass Ihre Verkäufer von der Fläche geholt werden und einen Tag nicht verkaufen können. Zumindest einige von Ihnen. Was Sie ja wirklich haben wollen, ist die Verhaltensänderung, den geänderten Prozess, der danach Jahr für Jahr dazu führt, dass Sie pro Besucherpartie mehr Abschöpfung haben. Das heißt, wenn Sie eine Bohrmaschine kaufen, wollen Sie nicht das Loch in der Wand, sondern Sie wollen das schöne Bild an der Wand. Und das ist das, worüber wir sprechen. Wir verkaufen Ihnen das Ergebnis. Und das ist mehr Abschöpfung und bessere Prozesse, um Ihren Verkauf zu steuern. Deswegen ist auch die Frage, Herr Witt, was kostet ein Tag Verkaufstraining bei Ihnen? Völliger Quatsch. Ich sage immer das Gleiche. Wir sind keine Tagelöhner. Und das ist nicht die richtige Frage. Die Frage ist, wie viel Potenzial hat Ihr Möbelhaus? Wie viel mehr Umsatz können Sie machen, ohne Ihre Werbekosten zu erhöhen, ohne mehr Verkäufer einzustellen? Einfach nur durch eine Veränderung des Verkaufsprozesses. Verhaltensänderung und dadurch mehr Abschöpfung, das ist das, was wir verkaufen. Und das machen wir täglich messbar. Alle unsere Kunden messen täglich die Abschöpfung, das heißt, wie viel Prozent aller Besucher tatsächlich Möbel kaufen, und die Wertschöpfung, wie viel Umsatz pro Besucher gemacht wird. Und Sie können täglich sehen, ob das, was Sie tun, funktioniert. Und wir besprechen es mit Ihnen jeden Freitag in einer Telekonferenz und natürlich einmal im Monat, wenn wir uns persönlich treffen und mit Ihnen trainieren. Also, wir machen Erfolg messbar. Wir verkaufen kein Training und kein Wissen, sondern Verhaltensänderung und dadurch direkt Ihren Unternehmenserfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017